So weiter geht's Aufnahme ey was für ein Buhn Das war perfekt meine Aufnahme Ich versuch jetzt gerade irgendwo mich zu orientieren wo ihr seid Aber ich bin halt wieder neu gespawnt wie ihr gesehen habt bin ich ja gestorben Nein 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 Aber nein 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 Ich seh halt nicht wo dieses blöde Haus ist Dieses Meerstöcke-Gebeton-Monster Es gibt nur einen einzigen Stern und das ist ganz am Ostrand der Stadt Das versuch ich ja Buga die ganze Zeit zu sagen Aber bei ihm heißt es dann immer nö Ja wenn ich es nicht sehe Mensch Ich hab First-Personal seh ich gar nicht Nein 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 Das ist ein gelber Baukran den sieht man in 5 Kilometer Umkreis Was für ein gelber Baukran hab ich nicht Ach du hast doch so gelitten Was ist mit dir los Ich hab halt keine Orientierung Hätte ich irgendwo die Sonne dann wüsste ich Buga jetzt bitte noch mal zuhören Vielleicht hörst du jetzt den Schuss okay Gehört? Nein Alles klar du bist noch zu weit weg Ich warte nur noch dass ein Spieler dich nieder schießt der von den Schüssen angelockt wurde Ja pfff Mich kann keiner nieder schießen ich hab links die Leiter im Blick und rechts die Tür Egal wer jetzt reinkommt der ist tot Mit mir legt man sich mich Nee nee Hier legt man sich mich 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 Marc mach mal kippen Ich mach dir die Baukranie Hier sucht dies Du siehst die Baukranie von wo kommst du? Äh von ProRotki aus Also Da 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 gleich Ja Rund A Ich bin gleich da Du bist der Typ da oben mit der AK Bitte nicht mit mich schießen Danke Wollt ihr gerne eine Autoscheibe Ja Autoscheiben sind optional die brauchst du gar nicht für Reparatur Die Autoscheiben sind nur dazu da Dass die Zombies dich nicht im Auto treffen Okay Mhm So ich sicher meine Leiche aber ich kann sie irgendwie ganz schlecht looten Warum eigentlich nicht? Wir waren noch vorhin an der Kirche und da sind wir dann nördlich gelaufen Du kannst sie ganz schlecht looten weil Marc nicht Spaß genommen hat glaube ich Ja aber da liegt noch die IM4 also so gelootet So äh Brugauf was für ne Kirche bist du mit goldener Spitze oder normaler? Die mit dem Stern da wo wir vorhin waren Da bin ich jetzt glaube ich nördlich von ich weiß es nicht genau Ich sag ich kann die Himmelsrichtung nicht einschätzen Alter bist du da renn mal ich glaub von dir aus einfach ähm Richtung Kirche weiter geradeaus die ganze Zeit geradeaus Soll ich auf die Kirche zu oder was? Ja ja auf die Kirche zu und nur geradeaus weiter Ich hab halt echt kein Ding wo ich hier bin ich sag ich kenn mich überhaupt nicht aus Ihr habt ja schon so viel gespielt ich glaub das ist jetzt immer nur mit euch oder was? Was? Und ich hab kaum gespielt Oh Matsch Ihr habt ja bestimmt schon 20 Tage auf dem Buckel oder so hier überlebt Normal 50 Tage Das ist ne fette Steinmauer es geht nicht so gut Ein Jahr schon überlebt Jaja Du bist auch so ein Jahr Du lag nem Brugger Ich bin das Jahr der Jahre äh unter dir Hier? Kriege ich eigentlich mal meine Lee-End-Feed wieder? Die hat Mark wenn überhaupt aber Brugger Ja ich hab nämlich seine Puppgarn Ja ich kann sie dir gleich wiedergeben wenn ich mal irgendwie reinkommen sollte Achso du bist ja ach sorry Ja was Mark was 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 Ansonsten ähm Bernhard komm mal hoch aufs Tag dann kriegst du solange meine Marker rauf zum Verteidigen Ich hab ich hab zwei Marker rauf das ist nicht das Problem Aber halt eh noch so ein Opfer der alles aufsammelt Nein bei ner Leiche lang zwei Marker rauf da kann ich doch nix für Jetzt komm doch mal Ja ich hab auch ach ich hab auch irgendwie 16 Magazine für diese olle Marker rauf dabei Also ich könnt ja äh 16 Magazine Also ich seh schonmal das Hotel von meiner Position aus Ja perfekt einfach am Hotel vorbei Ja warte mal das Hotel ist hinter der Kirche und wir sind ja vorhin mit dem Hotel im Rücken Ja jetzt halt mal die Schnauze Wir sind ja vorhin an der Kirche nach Norden gelaufen Ja toll beim Fernglass ist auch nicht da Ja grimpf das hätte ich jetzt gebraucht Achso Warte mal den soll ich töten sagst du Mark? Ja Eifert der Kopf Haha Das geht ja so nicht So jetzt Moment mal ich hab eh einen Bug ich töte die ganze Zeit Zombies hab nur einen Kill Hä? Du schießt mal sinnvoll Hä? Das ist ja voll die Geld was ist denn das da für ein Ding in AKM? Ja mit äh Rotpunkt beziehungsweise Grünpunkt in dem Fall Weißt du wie du im Gesicht aus bist? Wie ein Zombie Ähm Ja muss das so? Mh weil ich den Play äh kennst du die Player Editor nicht? Doch aber ich hab da nicht viel gut gemacht Ich hab so ne gelbe Sonnenbrille gegeben und gut war Taktiker hast du dir gegeben Von mir aus sind ja alles Taktik drin Ich bin jetzt wieder in der Kirche von wo aus muss ich jetzt Warte hörst du das jetzt? Nö Hat mir gar nichts Was? Lauf einfach zum International Hotel und lauf am Hotel vorbei der Straße einfach weiter entlang Richtung äh Osten Da unten liegt ja noch ein Spieler wer ist denn das? Ja das ist Buger Ja Ich versuch den Jungen ja die ganze Zeit hinzukriegen aber Warte mal ich geh mal ne Etage runter und Du kannst rein theoretisch wenn du willst geh mal da hinten wo die Alte war da könnte noch was bei ihr sein Geh nochmal weiter runter Ich hörte nur zum Beispiel hinter mir zur Piste War die hier direkt im Haus oder? Die war da hinter dem gelben Kran hinter dem äh hinter dem Zaun da Na scheiße da von Darts Ich hab sie gekriegt Und ich hab sie gekriegt indem ich äh Zwischen den Steinblöcken und dem Kran da auf sie geballert hab Ja Geh mal bitte Was? Achso Nein nicht das Ok ich seh den Baukran Das Hervorragend Hervorragend Sie sagt diesen Mann zum Ritter schlagen Ich nehme den Preis nicht an Wo bin ich jetzt? Ok ich lau auf den Kran zu Ich zieh das Gebäude nicht wo wir vorhin drin waren Rähähähäh was ist das? Ich glaub die Akashis sind extrem leise hab ich das Ja Leute da kommt grad so ein wahnsinniger die Straße lang grad mit 10 Zombies im Schlepp Was 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 du? Die Zombies Deal Ah da bist du Seht ihr mich? Ja ich will an Komm schießen in die Zombies Du hast zwei Zombies hinter dir Zehn weißt du Das waren denn noch 5 Das waren locker noch 5 Zehn sogar 20 Wer auf zu schießen? Einer ist tot Ja niemand schießt auf dich So du hast nur ein Zombie hinter dir Er krabbelt Zwei die krabbeln beide Ja Danke 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 Alles Alles gut So beide Zombies tot Jetzt hab ich zwei Zombie Hallo? Also man merkt dass die Makaroffe nur eine effektive Reichweite von 50 Meter hat man trifft ja gar nichts mit der Kniffte Ich hab mit dem Ding übelst jemanden schon gekillt aber das war ja mehr Lack als verstanden Ich hab vorhin auf die alte zwei Max geballert aber irgendwie hat es sich gar nicht gejuckt oder sie hat es halt nicht abgekriegt Ja übrigens hier liegt noch ein AKM Magazin in der ersten Etage Okay ich bin jetzt bei meiner Leiche habt ihr mir auch was übrig gelassen oder? Wenn ich reinkomme dann geb ich dir was Okay hier nehm ich mir mal Box of Matches warum habt ihr die Matches nicht genommen? Das weiß ich nicht So die alte Looten das klappt gerade doch jetzt Seid ihr ganz oben oder was? Ja ja ich bin ganz oben und er ist hinterm Zaun ich guck grad dass ihm nichts passiert Worm Beat Ja die hat ja gar nichts dabei außer noch ne Pappgun Ja eventuell hab ich den Scheiß die Papp kann das mein Nein Ich nehm die noch Ich nehm die noch Ich nehm die Pappgun aber mit Brugard keine Waffe Was seid ihr denn? Na Du hast mich grad angeguckt und er ist da Guck mal hier Warten wir jetzt noch zwei Bandage Wie viel Platz brauchen so ne Pappgun? Oh Warte Drei Nja das ne Frutfinde braucht mehr Brugard ich pack dir hier mal die 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 Waffe hier unten am Treppenhaus Wenn du rauskommst Wir kommen verhofft der ist schon hier oben Achja warte Ja wir können uns eh weiter unten dann lang bewegen oder? Nein oben Wir warten noch auf Mark ansonsten bringt das nix Oh Oh Schießt denn hier Ich hab Langeweile Gib mir die AK wenn du lange weißt Warte fang die Kugeln mal auf Nein Okay Mit den 10 Warte mal Alice back Warte mal kurz ständig mal gucken was du willst Dein Bruder geh weg hier Ich hab den krasesten Scheiß da drin Ja wo ist denn meine Tasche jetzt meine Alice Ja Mark hat die aber der kommt hier grad nicht rein Hallo Hallo Oh jetzt kommt doch mal wieder die Etage runter hier liegt jetzt eine Schrotflinte für dich So warte Und ne Pistole falls du magst aber ich glaub du hast schon ein oder? Nix War nix Jaaa Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier ab und da ne Leiche liegt Stell vor du drittst du die Estes Ich bin jetzt ganz runtergelaufen Ja aber irgendwie hat das hier mit nem Droppen eh grad nicht geklappt und wie ist das ganze Zeug weg Oh ne Na doch Der war jetzt nicht so schlimm das war überzählig aber Hahahaha Was macht der doch wer für den Scheiß Boah Alter Ihr seid doch so Affen warum habt ihr das nicht gelassen Wieso wir? Ich? So da bin ich Dreck bin ich mit der Affe Siehst du da irgendwas rumliegen? Nein Da sollte angeblich irgendeine Waffe liegen oder so Ich seh das nicht ist das weg Bei mir ist nix Oh Gott oh Gott Was drin? Nix ich hab euch nur erschocken Hahahaha Ich wart auf den Markt Oh mein Oh mein Ey Ich krieg mit euch noch nen Herzinfarkt Ja ich auch Wenn ich nicht bald eine Waffe hab Uuuuah Nicht so böse Wörter hier Gier Warte mal Komm mal hier runter zu mir hin Die Tussi hat hier auf jeden Fall noch Irgendwas Oder auch nicht Packkillers Mhm Mhm Bandage hat's auf jeden Fall noch Ja es gibt Ja es gibt Hinter im Zaun Ich kann mich jetzt runter Ich will nix wo runter springen Na du hast da leid Da ist ne Treppe Warte mal da ist noch Alter AKM Magazin Oh Alter Das wird unser Cowboy da oben bald brauchen Ja, ich glaube auch. Bruder, hast du mir was rausgenommen, Freundchen? Ich? Ich hab dir nix rausgenommen. Wieso halt so breitbeinig da liegt die Wutze? Ja, Bruder, komm aufs Dach, dann gib ich hierhin überhaupt. Ach nein, hast du mich gerade eingekommen? Ich renne die ganze Zeit die Haare runter, Mensch. Hast du mir was rausgenommen? Jetzt kommt halt mal alle nach oben, lasst uns mal treffen hier. Ganz viel. Meine Güte. Ja, kommt doch hoch, wir sind alle da. Ja, Moment. Erstmal das Gebäude hier noch looten. Das liegt ja noch einiges rum. Hast du einen Rewerber, Marc? Ansonsten kriegst du... Hier, ich stoppe dir das Ding mal. Ich hab ne M19. Hier, nimm das. Das mein ich. Wo ist das hin? Ey, hier unten liegt noch ne Axt, die nehm ich da direkt mal mit. Siehst du das, Marc? Also ich konnte keine extra looten vorhin. Ja, da muss man nochmal ziemlich... Also in Third Person geht das super, in First Person muss man da ziemlich tricky rumrennen. Alles back, alles back. Jetzt liegt sie unter mir. Mann, das ist ja schon schwierig hier noch... Doch, ich raste aus. Verleg dein LS Pack. Ey, ich kann... Ich kann ohne Third Person keine Axt. Das geht einfach nicht. Marc, nimm mir einfach die Tasche schnell von... Geh mal schnell runter. Ich kann die Tasche jetzt nicht aufheben. Die muss leer sein, glaub ich, oder? Wenn sie nicht leer ist, verlierst du... Ich kann sie nehmen, also ich könnte sie nehmen. Wenn sie nicht leer ist, verlierst du den kompletten Inhalt. Also deine Tasche nicht leer ist. Oh Mann, was ist das... Alles voll hier. Äh, Puga muss... Theoretisch müsste... Die kriegen... Lauf mal ein bisschen drumrum. Warte mal, jetzt habe ich eine 1911er. Ich hatte auch noch Makarov. Wer kommt da grad die Treppen hoch? Ich. Ah, das wollte schon schießen. Freundchen. Ich habe jetzt einen Haufen Makarov-Magazine, aber keine 1911er-Magazine. Äh, Puga, aber du hast das Alice Pack, ne? Ne. Ne, das war ja nicht leer. Warte mal, ich schmeiß mal was weg. Das muss nicht leer sein, ich kann es aufnehmen. Ja, lass es. Da ist noch ein Haufen Zeug drin. Hier will noch jemand... Ich habe einen Kompass, ich habe Matches. Ja, Kompass bitte. Ich habe die Karte, also Kompass. Ne, Wirefans, warte mal. Kompass könnte sich auch noch geben. Hier ist noch Matches, wenn du willst. Ich brauche nur einen Scheiß Kompass. Ich brauche nichts anderes. Die Matches habe ich schon. Ähm, brauchst du noch ein AKM-Magazin? Ich bring dir das mal mit hoch. AKM brauche ich nicht. Ich habe eine andere Waffe. Ich kann halt... Äh, was braucht denn die olle AK für... Also deine... Deine... Die AK, die ich habe, sind Orange-Magazine und die heißen 30-Round-AK. Ich habe eine AK 47... Ne, 74-Cobra. Ach, hey. Aber ich habe jetzt gerade noch ein M1911-Magazin gefunden. Dafür kann sich doch sicherlich einer von euch für erwärmen. Mh, Buga. Äh, ja. Aber erst mal muss Buga das mit seinem A da hingekriegt. Gut. Ja, ich würde das gerne mal... Ich habe noch so viele... Ne, die mag auch auch. Ich will die nicht. Markus, meinst du wohin? Was? Wohin jetzt? Krankenhaus einmal schnell? Ja, stimmt. Bluttransfusion. Oh, hier ist noch eine Axt. Alter, wir gehen eben in das Krankenhaus. Und zwar... Wo war das? Ich habe zwar Muni, aber... Das ist im Norden der Stadt. Im Industriegebiet direkt. Ich weiß schon, wo. Leute, ich habe Muni, aber ich kann nicht schießen, ne? Weil die passt halt nicht. Keine davon. Ja, komm, komm. Ihr tauscht euch noch ein bisschen aus und dann gehen wir zum Krankenhaus. Hat noch jemand 1911-Munitions? Ja. Ja, warte, warte. Wo bist du denn, Bruder? Bist du denn? Wer bist du denn? Ich bin gerade so tänzelt. Ja! Ja, warte, warte. Warte, 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 ich haut dir jetzt in deinen Rucksack rein. Der ist voll. Dann könntest du ja von mir aus die Maka drauf rausnehmen. Die nehme ich gerne eine. Warte mal kurz. Ich habe auch noch AKM, aber die brauchst du ja nicht, ne? Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du noch? Matches? Echt? Wollt ihr jetzt alle kommen und brrrr? Ich brauch doch nix, ist ok, ich bin voll. Kleingeld, hat jemand Kleingeld. Ja hab ich, Marc. Was hast du noch? Übrigens krieg ich bitte… Du kannst diese 45 ACP umbauen zu 1911, wenn du die rechts klickst. Juju. Das müsste eher ein Schwissen vom letzten Aufnahmeling. Ich krieg's rausgefunden. Krieg ich übrigens meine Lea Endfeed wieder? Kannst du ruhig wiederhaben, ja. Ja hier, ich hab noch Muni dafür, warte. So, deine Sputplatte wieder, warte, ich leg die kurz ab. Hier würde ich schon, da liegt… Hier liegt noch die Muni auf dem Boden, seht ihr? Und hier bei dem Draht liegt auch noch was davon, warte. So, falls ihr ein Spieler hört oder seht, lauft bitte im Zickzack. Hier liegt die Lea Endfeed übrigens. Ja. Und hier liegt… Warum nimmst du… Jetzt mal im Ernst, willst du die Lea Endfeed gegen Schrotflinte tauschen? Ja. Nimm ich Schrot. Dieser Mann, der ist mir nicht ganz koscher. Ich nehm die Schrot. Kann ich schon ruhig rein kommen. Burnout, du schießt als Letzter. Ja, die ist halt scheißen laut, aber die hat viel mehr Reichweite als so eine Schrotflinte. Was braucht man dafür für ne Muni? Die Grüne oder die Rote? Die Grüne, die mir gegen hast. Die Slug, die du gedroppt hast. So, komm mit. Warte mal ganz kurz, ganz kurz, ne? Ich muss gar nicht die Colt-Munition umwandeln. Oh, 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 oh. Da fehlt nur unser grauer Opa hier. Ich geb dir der Opa. Ja komm, alter Mann, beweg dich. Warte mal, so, gleich hab ich's. Ich muss grad noch die Munition umwandeln, Sekunde. Uga, ich darf dich, alter Mann, nennen, ich hab nen dickeren Bart als du. Scheiße hast du. Willst du mein Bart sehen? Mach euch gleich ein Foto von, du wirst weinen. Verdammt. Ich glaub ich nicht, Mann, dass wir dich da um. Burschig, ja. Burschig. Marc, hm? Flauschig. So flauschig. So, seid ihr jetzt alle da? Kommt schon, ich geh vor. Ja, warte, ich muss kommen. Ich geh vor. Ach komm, scheiß drauf, ich steh'n jetzt. Ich chees' ich euch alle tot. Ach, hier liegen ja noch mehr Zombies. Also ich bin ja nicht überrascht, dass bis jetzt noch kein Spieler besucht hätte. Das ist doch voll, ne? Hab doch schon, ich hab den nur genutzt. Ich hab schon einen Bandit. Hallo, hier bin ich. Wo denn? Ach, da. Alle bitte hier sammeln, Kinder. Check your fire. Weiter geht's. I'm a human. Wenn ein, äh, wie gesagt, in First Person sind die nicht gut entgegen. Malabaggaa. Da, 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 da. Es sei denn, wir haben hier einen, der genauso gut aimen kann wie ich. Ansonsten seid ihr im Arsch. Ja, ich. Ja, warte. Ich kann perfekt aimen. So im Laufen schießen geht doch gar nicht. Da kommt schon ein Zombie. Ja, einfach weiter rennen. Ich mach den Grinner. Hat jemand geschossen, rechts? Was? Rechts? Ja, aber weiter rennen. Einfach weiter rennen. Der hat nur Macke drauf. Der kommt noch ein bisschen weit. Zum zweiten Turm, falls ihr den seht. Alles klar. Zweiter Schlot für Bruga. Das ist ja auch ein Schlot. Ja, Fabriksschot. Ach, Bruga, sag doch mal so Schornstein meins, älter. Schornstein. Kennst du nicht? Raucht wie ein Schlot? Ja, das ist es ja gerade. Schornstein ist was anderes. Mann, habt ihr überhaupt ne Ahnung? Buga, du bist der alte Weise von uns. Du bist Helge der Weise. Du bist Helge der Weise. Ja. Helge der Weise, was sollen wir tun? Du bist Tonnert, als er das sagte. Es hängt jetzt den ganzen Regnen, das ist fest für uns. Haltet mal die Dächer in... Ja, das dämpft die Geräusche, ne? Haltet mal die Dächer im Auge. Nö. Ich kann mich sehr gut an euch erinnern, wie ihr alle drei, ne vier gestorben seid. Ja, hör doch auf, weil die beiden inkompetent waren. Hätte ich den vorher gesehen, ey? Ja, nehm den Regnen und schmeißt den Vulkan. Wir haben aber nur Schneewittchen. Ja, nehm den Schneewittchen und schmeißt den Vulkan. Ich warte immer noch, dass ich einen Sniper finde. Wenn ich einen Sniper finde, Freunde. Das erste, was ich machen werde, ist mich auf so einen Turm raufhauen und warten, bis jemand vorbeikommt. Wenn der Sniper findet, ist das Game vorbei. Wir haben verloren, der schießt uns ab. Wo gibt's die denn eigentlich? Weiß ich sie mal? Äh, random. Also, Marc und ich haben die Erfahrung gemacht, dass an der Abschutzstelle und Castle der Hammerscheiß liegt. Was das Überleben generell absichert. Hä? Warum ist das hier so ein... Hallo, was ist das hier für ein Krankenhaus? Ähm, das ist ein Krankenhaus. Ne, halt nicht ein gutes. Wir brauchen ein anderes, weiter. Wo ist das andere? Auf dem Dach? Da war ich vorhin dann im Tech-Gebäude. Auf dem Dach, das ist eine Box, wir brauchen ein großes Krankenhaus. Ja, warum denn ich hab drei Blood-Packs. Ich weiß nicht, wollen wir nicht langsam mal irgendwo da hingehen, was interessant wird. Mal... Richtig. Was ist denn nur Nachtliegen? Weißt du, warte, warte, wie viele Blood-Packs haben wir jetzt insgesamt? Ich hab drei. Können wir diesen Zombie dann mal ausschalten, wenn wir hier Pause machen wollen? Ich hab eins... Wir sind vier Leute, passt. Dann gib mir mal eben Deckung. Wir gehen als erstes. Marc, hast du ne Idee? Ne. Ne, 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 ne. Ja, das steht. Vielleicht machen wir uns mal auf dem Weg nach Berenzino. Bist du behindert, Junge? Weißt du, wie weit das weg ist? Dumm! Du willst doch's zeigen, nach Berenzino läufst du ungefähr 15 Minuten, was ist los? Kann man doch fast vorbauen. Dann habt ihr dann sehen wir was, man. Okay, dann gehen wir erstmal da hin. Wir machen uns jetzt am Weg, wartet kurz. Wart mal, wie viel Versorgung haben wir da? Wir haben genug. Ich will's nicht wieder riskieren. Oh, neben seid ihr alle komplett rumgepackt bei mir. Wo lauft ihr denn hin? Der eine läuft da, der andere da. Hä? Ich hab einmal Essen, einmal Trinken in der Tasche, zwei Wasserflaschen. Einmal und viermal Trinken noch in der Tasche und noch einmal Essen in der Tasche. Wart mal kurz hier hoch, wartet mal bitte unten. Ich hab Pepsi, das reicht. Wir haben grad das Problem, da ich kein Kompass habe, kann ich euch nicht sagen, wo es lang geht, weil der Wegpunkt funktioniert nicht. Warte, das kann ich, da kann ich helfen. Ja, halt noch nicht droppen, ich bin grad auf dem Dach. Das Gewitter ist. Äh, ich hatte doch nen Kompass einstecken, wir hatten den… Marc, hast du den nicht rausgenommen? Äh, doch, ich hab nen Kompass. Ja, gib mal, André. Da oben ist ein Spieler in den Gebäuden. Wo? Das mit diesem Rohr oben drauf, da ist grad ein Typ die Leiter hochgegangen. Rohrroh… Oh fuck André. Komm, wo kam der? Nein, ich bin nur runtergefallen, sammelt meine Sachen auf bitte Leute. Äh, Marc, zumindest bitte in meiner K. ja ja ich hau mich aufs dach und nein 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 ich bin kein held ist hat gelegt und ich bin dann links gelaufen irgendwie also also viel hast du auch die 1911 nee ich hatte macke auf warum hast du dann so viel 1911 munition einstecken ach nee doch du hast du doch du hast doch die piste echt ja gut dann macht mal ihr ich bin jetzt gerade nicht mehr dabei der marken du hast den kompast bringen die einfach zum kasten und werden ziehen würde ich sagen während ich habe dich so lieb ich glaube mir was auch immer mit der anderen war ähm da kommen zwei zomöse von zu diesen in der mark du hast meine sachen soweit ne session lost nein nicht im ernst nicht kurz ich muss warten bis der server wieder funktioniert ist kein witz wenn ihr den nicht habt meine sachen die sind ultra ich habe aber ak eingesammelt und alles pack ich habe auch ein paar sachen ich hab das schon mal perfekt ich krieg's ab du hast diese untere leiste von mir nicht die war auch gut military flashlight ok ich mach nochmal einen cut hier